Drei Tage nach Einheiten gehübt haben. Was ja irgendwie wichtig ist, wenn du alle Einheiten zerstören musst. Ach ja, und das ist jetzt nochmal 2 Millionen Minen, ne? Ja, jetzt will ich es mir nochmal 2 Millionen Minen. Aber ich hab zum Glück 2 Millionen Raketen dabei. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das einnehmen oder zerstören Zerstören aber mal Oh Okay Zerstören Keine Ahnung was es macht Oh Ok Ich muss mal kurz die Musik ausmachen Wenn einer mit den Truppen Eurasius tief fertig wird, dann Sie Ja Also Ok Erstmal speichern Ich musste nichts neu Ok Ähm Tab war das Äh Was ist denn das hier alles Oh Wow Mission Alle Gebäude Einheiten und digitalen Gebäude des Labots Ich muss kein Labor scherstören, sondern ein Labot Ah Verstehe Kann ich das auch irgendwie aufnehmen, das Zeug, das hier liegt Nee Wie Habe ich Geld Ich habe 22.000 Das ist eine Ansage Ich habe doch recht viele Einheiten Ich habe Türme Da Liegt noch mehr Zeug rum Ich Mit was nehme ich das denn überhaupt auf? Ähm Ne das ist immer das Falsche Äh Panter Ach das stimmt Das sind Minendinger Kann ich denn hier bauen Nichts Was habe ich da so Wohin Plasmo-Kanone Vielleicht reichte das, was ich da habe schon Ich kann man ja nicht Was ist denn so Wow Gibt mal einen Haufen Geld drum, ok Okay Liegt echt einen Haufen Zeug noch rum Ich nehme nicht an, dass ich das jetzt einfach so mit meinen Starteinheiten schon platt bekomme Vielleicht die Starteinheiten natürlich schon mal einen guten Eindruck machen Vor allem wenn sie schon wieder ganz weit auseinander gezogen sind Ich glaube da finde ich die Karte zu groß Was soll ich kaufen? Forscher Plasmakanone hast du eben schon die große Plasmakanone erforscht? Oh wow Ja, über die müssen wir machen wir definitiv nicht mehr heute Ja Ich muss schon mehr Einheit als ich ausweilen kann Oh, ich gebe halt Geld drum Was mich zu der Frage bringt Liegt richtig, dass ich das damit aufheben kann Ja Habe ich einen Raffinerie oder sowas schon? Nee Es lohnt sich das eine zu bauen für so einzelne Pakete Gute Frage Nächste Frage Kann ich die Flugsteuer schon sagen? Brauchst du mir mal Produktion begonnen Oh wow Genau Da geht richtig Radio Ja wobei Weil wir die ganzen Kiste hier so richtig kriegt Aber Moment das ist das Falsche Produktion abgeschlossen Eigentlich ohne die Fehler Kann ich denn hier keine Lufteinheiten bauen? Ja 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 Das sind beide Wie So kann ich denn keine Lufteinheiten bauen? Forscher Regeneration? Was das denn? Für alle anderen Erwurscht Oder erlaubt mir das nur meine Reparation Okay Da komme ich nicht so einfach zu sehen Ja Komm hier Da hin Und macht mal Zeug Holzball auf Habe ich noch was? Ich habe da noch so einen Spider Habe da noch was? Vielleicht habe ich noch mehr Guck mal Ja die halten wir schon auf Okay Endlich Schottler Nein Schottler ist danach Lies doch Passt doch mal auf Forscher Fliegen Aber das machen wir offenbar nicht Ach komm schon die Scheiße machen die hier immer noch Uff Na wirklich Uff 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 Ich möchte nur fliegen Wie fliegen Wie fliegen Ich sehe ob die Zeit noch reicht Hallo Hallo Schau halt nicht zu wie da alles zu schön Asche gelegt wird Uff 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 Steuern Steuerung Nebel brauchen wir mal nicht gerade Fliegen 200 Ich kann immer noch Einheit brauchen Ja So ist es ja nun nicht Ich Will ich noch mehr einsteigen Und noch mehr Ja doch Ja doch die haben wir schon ein bisschen was stehen Ach Wer war die das scheiß doch Gut ich muss also erst mal Tab drücken damit das der richtigen Seite ist So entweder darf ich mich angreifen sofort dann Ja doch die können auch von da kommen ne Ihr dürft euch bewegen Jungs hallo Hallo Danke Ich möchte mal kurz mir die Karte noch mal angucken Spiel lass mich die Karte angucken Ich lasse ich mal hier stehen für den Fall dass da wieder was landet Wie lange dauert denn das jetzt Ach das dauert Nukleare Antriebe Wer will denn das schon haben Ich will auch nur kurz die Karte angucken damit ich weiß was so auch nicht zukommt Einheiten die Beweif kommen um mein Gebäude zu nehmen Ja das macht die KI hier gerne Das ist glaube ich das einzige Strategiespiel wo ich kenne Zumindest aus den 90ern Dass das macht Und dann stehen wir nicht so weit da oben Und gut wir da auch nicht so weit da oben Oh jetzt einfach mal komplett rund um Minen legen Das wäre auch schön Hey wir haben 22.000 Da kann man doch schon mal ein paar Einheiten bauen Was kann man denn schönes bauen Tiger Hellmaker Tiger Assault Ja Ah Ich brauche große Plasmakanone Bist du jetzt mal fertig komm schon Mixen sind das keine echte Sekunden Sind vielleicht echte Sekunden auf der langsamsten Gut hängt davon ab wie schnell der Rechner ist so Nach der großen Plasmakanone erforschen wir natürlich die Plasmakanone Gibt es Sinn Andersrum wäre ja unsinnig Jetzt können wir schon Können wir was Neues bauen Nee Ja Ja Hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Weltnis Kann ich weiterempfehlen Ist recht ruhig Noch Vielleicht kann ich auch was Neues bauen Wobei ich baue einfach wieder Shadows Wenn die hier keine Türme haben Hm Ja schon geil Also ich weiß nicht wenn die da wirklich keine Türme haben Müsste ich nur ein Shadow bauen und dann halt halt meine Basis verteidigen Weil die greifen mich an Also haben sie wahrscheinlich irgendwo Gebäude rumstehen Natürlich Äh Fack So den Nebel kann man schon mal ausmachen Ich bin Zapotz Wait weil es gab So Fack Und vielleicht haben sie den Nebel auch einfach ausschaltbar gemacht Weil Deren eigene Sichtweite für ein bisschen scheiße ist Weil die Waffen weiter schießen können und das auch tun Jetzt habe ich die So jetzt kann ich Spyder bauen Produktion begonnen Brauche ich noch irgendwas? Hafen und Werften Schwierig Wir sind hier in England Brauchen wir keine See-Einheiten Den Nervenerie soll ich brauchen auf jeden Fall Aspartner 2 hat er auch schwerere Kriegen Was war denn das denn mit Doppelplasma? Will ich mir gerade Waffen ein? Ich habe doch immer noch dieses Handbuch Nutzen wir die Macht des Handbuchs Gucken wir mal kurz an Tiger-Saw-Dermine-Sprayer 2 Ähm Viel Ablust für schwerer Kriegen Hm Okay dann Ne Es gibt hier gar kein fettes Plasma-Ding mehr Okay Was? Ach komm doch Uff Ja das Spiel weiß man entspannen hat Ich habe keinen Wichtig dabei Was? Zerlegender Grad Mal gut mal wo die Keine Menschen Wird wieder nicht bis zum Fliegen kommen Sehe ich schon Wow Wow Leute Okay ich sehe schon hier gibt es auch sehr viel Spaß Spaß Oder das was die Entwickler für Spaß halten Kann man ja gefalle meine sein So Fliegen sie fliegen Vielleicht fertig Kann ich hier auch Gebäude bauen? Ja kann ich Nur was für welche Kann ich auch hier so feste umbauen Kann ich Türme wenigstens bauen? Wie? Wie? Hier steigt mal eine Technologischufe Oh wow Fliegen jetzt fertig Schwerer Raketenantrieb Brauche ich den Eigentlich nicht So erstmal so So ein Wunder Oh wow das braucht auch noch 200 Jahre um da rauszukommen Ich kann einen Gargoyle bauen aber der wird nicht mehr fertig werden Na geil Wow Schnelle Reparatur hier geil Verdammt ich wollte mir doch nur mal die Karte angucken Ja dann eben Wow Ja zu viele Panzer Viel zu viele Panzer Wow 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 Was wieso lädt er denn jetzt ins Dream? Schnelle Reparatur Ah das Forscher hat gar nicht Achso keine Energie Ah ich wollte gerade fragen Fehlt da jetzt nicht irgendwie was? So ein Vieh geschlagen Oh Ja finanzielle Unterstützung Ich Das bringt mir halt nicht so wirklich was Das bringt mir halt nicht so wirklich was Wollen wir mal so Woher hab ich nicht so ein Bike schon irgendwo 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 Ja da Bereit Ziel gespeichert Ne du bist kein Bike Wer baut denn solche Einheiten? Das ist doch komplett scheiße Die fallen um und dann Ja Können wir uns wieder Panzer geben Ja das sehe ich anders Oh geil die Sichtweite von dem Ding ist ja auch Ähm Ich finde es schön dass wir den Nebel erst wieder ein Dann kann man erst mal abschalten Ziel gespeichert Okay Ziel gespeichert Okay Die geben wenig Fick Na gut dann verteilen wir die Okay Meine Karte ist glaube ich gar nicht so groß Na gut das liebste auch daran dass ich von Breitspiel aufgedeckt habe Haben die denn eine Basis irgendwo Das ist wirklich einfach nur sture Einheiten die die schicken und Also was ich wissen wir für das nächste Mal Dann möchte ich Schluss machen für euch Ich würde auch gerne Schluss machen für immer Es ist Zeit Schluss zu machen Wo ist der Schick Oh da ist noch einer Ne da ist ein Gebäude Ah das ist ein Türme Das sind ja noch mehr Einheiten Was haben wir denn da Das ist Civ Building Hier Ah Sehr gut Oh ja die haben eine Basis Die haben eine Basis Uff Noch mal weiter hier so Uff Die haben aber alles natürlich Nein Uff Das war's für Ari, dir stützt ja ab, wenn ich das Warum auch immer ist das jetzt tot Egal, Karl Das war's für heute Oh, äh F240 Ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal